Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast. Heute zu Gast der CEO von Immowelt, Felix Kusch. Immobilien ist ein Thema, was mich allerdings schon lange interessiert. Ich habe keinen Tag bereut, dass ich das gemacht habe, dass ich mich dazu entschieden habe, weil es ein unglaublich spannendes Unternehmen ist, aber es ist auch ein unglaublich spannender Markt. Mit Felix habe ich darüber gesprochen, wie sich die Immobilienbranche entwickelt, wie private Leute darauf reagieren, dass die Zinspolitik einfach sich gewendet hat, aber auch, dass wir Zinsen haben wie vor zehn Jahren. Wir haben darüber gesprochen, warum Regionen am Rand von Ballungszentren und ganz speziell in Berlin ohne Handyempfang nicht interessant sind für Familien, wobei es eigentlich eine richtig geile Region ist, um zu leben, um wirklich im Grünen zu sein. Felix hat super viele Insights geteilt, was so Plattformen eigentlich an Daten sammeln, um abzuleiten, wie sich dieser Trend entwickeln wird. Also Trendanalysen waren ein Riesenthema. Also bleibt dran und freut euch auf die Insights, die Felix mit uns teilt. Felix, schön, dass du da bist und dass wir uns hier in Berlin im Studio bei uns treffen können. Ja, Michelle, ich freue mich. Über die Immobranche zu sprechen. Ja, cool. Schön, dass ich da sein darf. Also, wenn nicht du, wer dann quasi? Mit Immowelt, glaube ich, seid ihr so Platzhirsch in Europa. Ich glaube, jeder kennt auch Immowelt, der schon mal auf jeden Fall eine Immobilie gesucht hat. Aber euch gibt es auch, glaube ich, schon verdammt lange. Ja, richtig lange. Die Immowelt ist ein sehr altes Unternehmen. Also jetzt nicht so alt wie Siemens oder irgendwelche Industrieganten aus Deutschland. Aber wenn man die Branche betrachtet, also die Internetbranche, ist das ein sehr altes Unternehmen. 1991 gegründet. Ursprünglich als Softwareunternehmen. Und ist halt somit älter als Google, Amazon, Facebook, Meta, Snapchat, etc. Also die ganzen Namen, die man so aus dem Internet kennt. Ja, aber war das damals schon die Grundidee? Also wirklich so, wie heute Immowelt ist? So mit der Vision gestartet, mal eine Plattform zu bauen und da kann sozusagen eingekauft und verkauft werden. War das der Grundgedanke oder ist irgendwie aus einer anderen Idee dann Immowelt entstanden? Also Immowelt wurde von zwei Gründern gegründet, von Carsten und Jürgen. Denen geht es auch beiden gut. Treffen wir regelmäßig. Vielleicht hören sie auch heute zu. Das würde mich freuen. Und die sind, wie gesagt, ursprünglich mal gestartet mit der Idee, im Grunde genommen so den Workflow von einem Makler zu digitalisieren. Haben dann eine Makler-Software begründet. Und das, was wir jetzt heute, was jetzt heute der Kern unseres Geschäfts ist, also diese Internetseite, die man kennt, oder App, Immowelt App, das ist so mehr oder weniger als Beiprodukt entstanden von diesem Software-Business. Und das hat dann irgendwann ganz gut funktioniert. Und dann haben sie gemerkt, dass das besser funktioniert als ihr eigentliches Kerngeschäft. Und dann hat man sich immer mehr darauf konzentriert. Also eigentlich eine sehr klassische Gründerstory. Also heute würde man dann irgendwie dazu sagen, wir sind gepivotet oder so. Ja, genau, klar. Das haben wir halt in den 90er-Jahren halt auch gemacht. Also so richtig Urgründer, die beiden. Okay, cool. Und das heißt, ihr trefft euch, hast du gerade gesagt, gibt einen regen Austausch. Aber die sind jetzt beide nicht mehr aktiv. Genau, die sind nicht mehr aktiv, sind auch nicht mehr am Unternehmen beteiligt. Aber ich denke, im Herzen natürlich noch komplett gelb, Immoweltler. Und ich kann sehr viel von denen lernen. Also insbesondere mit Carsten habe ich einen regen Austausch, der auch im Markt immer noch sehr gut vernetzt ist, natürlich. Im Immobilienmarkt, ja? Genau, im Immobilienmarkt und natürlich auch einzelne Stakeholder kennt und mir dann Tipps gegeben hat, wie man mit gewissen Leuten redet oder mir Tipps gegeben hat, wen ich ansprechen soll. Und das ist natürlich für mich super wertvoll einfach. Ja, wann bist du da rein ins Unternehmen? Ich bin ja seit ziemlich genau zwei Jahren dabei. Okay. Also du bist nicht 91, 93 mit dazugekommen und schon irgendwie ... Nee. Ich bin Jahrgang 85, 91 war, glaube ich, gerade so, dass ich mich gerade auf die Grundschule vorbereitet, ja. Während Carsten und Jürgen die Immowelt gegründet haben, ja. Ja, okay. Wie groß seid ihr? Also mal in Zahlen ausgedrückt, wie viele Beschäftigte habt ihr aktuell? Genau. Also Immowelt ist ja Teil von einer Gruppe, ne? Aviv Group heißt das. Und es sind im Grunde genommen führende Immobilienmarktplätze in Europa. Und Immowelt, Aviv Group beschäftigt in Deutschland, ja, gut 500 Mitarbeiter, ne? Okay. Das heißt, ihr seid aber irgendwie europaaktiv, also europaweit aktiv? Genau. Wir haben halt, wir haben marktführende Plattformen in verschiedenen Ländern, Frankreich, Belgien, auch in Spanien aktiv, Israel. Sind auch immer auf der Suche nach weiteren Aktivitäten, ja. Also wenn jetzt hier irgendjemand zuguckt oder zuhört, der einen spannenden Immobilienmarktplatz hat in einem anderen Land, können wir gerne reden. Akquiriert, ja. Habt ihr echt, Wachstumsstrategie ist, zu kaufen, nicht selber nochmal gründen und irgendwie da jetzt von null aufbauen. Ich denke, sowohl als auch, ne? Aber diese Immobilienmarktplätze, die leben natürlich ähnlich auf, wie du es jetzt aus dem E-Commerce kennst, von Zalando oder anderen E-Commerce-Spielern. Die leben natürlich von einer sehr starken Marke, von einer sehr starken Markenpräsenz. Und das ist schwer, sowas organisch aufzubauen. Also wenn wir jetzt sagen würden, hey, wir wollen irgendwie nach Holland gehen oder so, ist zwar nah an Belgien dran, auch nah an Deutschland dran, aber da halt jetzt eine Marke aufzubauen, die mit dem Marktführer wirklich konkurrieren kann, das ist nicht leicht. Also es ist eigentlich das Thema bei, weil einfach die Markenbildung und Stärkung so viel Geld kostet, weil Plattformtechnologie habt ihr ja, die kannst du ja irgendwie überall einsetzen. Genau, aber im Grunde genommen ist die Marke und das Geschäft, in dem wir sind, ist ein zweiseitiger Marktplatz. Das heißt, das profitiert von Netzwerkeffekten auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite. Also auf gut Deutsch, da wo das Angebot ist, da kommen dann die Suchenden hin, weil sie sehen, da sind Wohnungen. Und diejenigen, die Wohnungen anzubieten haben, kommen da hin, weil sie wissen, da sind Suchende. Und das ist ein Netzwerkeffekt, der ist für das Geschäftsmodell sehr entscheidend. Da will ich gleich nochmal, Felix, drauf kommen mit Suchenden und ob es sie gerade noch gibt oder ob es mehr sozusagen die Findenden sind. Aber sag mal, warum bist du in die Immowelt? Also du hast, glaube ich, BWL-Hintergrund, ne? Ganz, ich sag mal, ganz klassisch so als ... Ja, ursprünglich hab ich mal so ein Mixed-Back an Dingen studiert. Also ich hab in England studiert und hab ursprünglich Philosophie, Politik und VWL studiert. Und danach hab ich einen Master in VWL gemacht. Auch eher jetzt so, weil es eher so, ich sag mal, theoretisch orientiert. Hat jetzt auch mit irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel, wir haben in der Uni-Zeit nie Excel oder PowerPoint oder so benutzt. Das hab ich dann zum ersten Mal gemacht, als ich angefangen hab zu arbeiten. Outlook hatte ich auch immer benutzt. Wo ich angefangen hab zu arbeiten. Und dann, ja, dann bin ich über Unternehmensberatung und dann noch eine längere Station bei Axel Springer Digital, bin ich dann halt bei der Immowelt gelandet. Und das ist halt für mich natürlich eine sehr spannende Rolle, weil es auch anders ist als das, was ich vorher gemacht hab. Was hast du denn vorher gemacht? Vorher war das jetzt eher so, wenn du jetzt eine Tätigkeit, was ist die Tätigkeit von so einem Berater oder was ist die Tätigkeit von einem Investmentmanager, was ich vorher war, ne? Das ist natürlich eine sehr, ich sag jetzt mal, analytische Tätigkeit, wo du irgendwie Dokumente schreibst, Analysen machst, Zahlen dir anschaust. Das hast du bei Axel Springer gemacht. Genau, das hab ich bei Axel Springer vorher gemacht und vorher in der Unternehmensberatung. Und wenn man natürlich dann in so ein Unternehmen reinkommt und dann eher in so einer Managementrolle ist, dann geht's ja vielmehr um, wie sagen wir es denn, so softe Faktoren, ja? Musst mit Leuten überzeugen, mitnehmen, Dinge organisieren, Kollegen, die vielleicht einen Konflikt haben, Streit haben, zu einem Ergebnis moderieren. Das ist, das aus meiner Sicht sind so die entscheidenden Dinge, wenn man in so einer Managementrolle ist. Und das ist natürlich ganz anders, als jetzt, sag ich mal, in einer Excel-Tabelle 30 Megabyte Daten zu analysieren. Es ist beides herausfordernd und spannend, aber es ist anders herausfordernd und spannend, ne? Das, ja, ja, absolut. Und der Immobilienmarkt als solches, also du hast ja wahrscheinlich dann Unternehmensberatung, Investmentmanagement, irgendwie verschiedenste Facetten gehabt, wo du hättest reingehen können, also verschiedenste Industrien. Warum war es jetzt irgendwie die Immobranche? Ja, also ich glaube, am Ende ist es immer so, viele Leute kommen dann in einen Podcast und sagen, hey, ich hatte jetzt so seit, keine Ahnung, 20 Jahren einen krassen Plan, dass ich immer irgendwas machen will. Bei mir war es natürlich auch ein bisschen so Zufall und wie sich die Dinge ergeben haben. Im Grunde Immobilien ist ein Thema, was mich allerdings schon lange interessiert. Ich habe vor einigen Jahren mal angefangen, auf sehr kleiner Flamme, fairerweise, in Düsseldorf, da komme ich her, in meiner Heimatstadt, ich sage mal so Mietwohnungen oder einen kleinen Mietwohnungsbestand aufzubauen und habe darüber auch gelernt, so wie Kaufen von Wohnungen funktioniert. Und jetzt konkret in die Immowelt gekommen bin ich, weil natürlich jetzt die Aviv Group zum Axel Springer Konzern gehört. Okay, war nah link dann irgendwie. Genau, dann war da halt im Grunde eine Stelle zu besetzen, Platz frei und mein Chef hat mich dann angesprochen und gefragt, ob ich das gerne machen würde. Und für mich war es eine coole Chance, coole Opportunity und ich habe keinen Tag bereut, dass ich das gemacht habe, dass ich mich dazu entschieden habe, weil es ein unglaublich spannendes Unternehmen ist, aber es ist auch ein unglaublich spannender Markt. Der Immobilienmarkt ist ja jetzt, wenn du es mit anderen Märkten vergleichst, keine Ahnung, E-Commerce, Klamotten kaufen online, ist der extrem unterdigitalisiert und auch sehr fragmentiert. In manchen Ecken würde ich auch sagen, unterprofessionalisiert. Und in diesen Markt reinzugehen und den sozusagen auf ein nächstes Level zu heben, das ist das, was mich motiviert und was ich einfach an dieser ganzen Story, an der wir gerade arbeiten, super spannend finde. Also ja, und es gibt ja anscheinend noch Luft nach oben, wenn ihr noch akquiriert und neue Märkte erschließen wollt als Aviv Group. Spannend, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass da gerade noch so eine Wachstumsstrategie hinter steckt. Genau, also das ist sozusagen das anorganische Wachstum. Ich denke, wenn du jetzt mal an die organische Schiene denkst, wenn du dir Makler anguckst, Makler sind unsere Hauptkundengruppe oder auch andere Teilnehmer im Immobilienmarkt, da gibt es natürlich auch einfach Workflow technisch oder von der Art und Weise, wie die arbeiten, gibt es halt noch Potenzial, denen einfach zu mehr Produktivität und mehr Effizienz zu verhelfen. Was teilweise gar nicht mal so von denen so gewollt ist, dass die dann halt auf bestimmte, ich sage jetzt mal, traditionelle Art arbeiten. Manchmal ist das auch einfach noch irgendwie zum Beispiel Interaktion mit Behörden, ist das so nötig, dass man denen irgendwie Briefe schickt und die ausdruckt. Aber das wird sich natürlich auch über die Zeit wandeln und da halt reinzugehen, zu schauen, wie können wir eigentlich unseren Kunden helfen, noch effizienter, noch stärker, noch besser zu werden. Das finde ich super spannend und gleichzeitig ist natürlich auch so, wenn du drüber nachdenkst, der Immobilienmarkt ist recht intransparent. Absolut, also konservativ, intransparent, da fallen mir viele Worte erstmal ein, die... Genau, also du suchst eine Mietwohnung oder du hast vielleicht ein bisschen Geld gespart und möchtest eine Wohnung kaufen, wie findest du da eigentlich einen richtigen Wert? Ja, das ist jetzt nicht so wie Börse, wo jeder irgendwie gucken kann, was ein Unternehmen wert ist oder wie hoch eine Aktie tradet. Und da halt eine Transparenz reinzubringen und wirklich den normalen Menschen, den Konsumenten, in seinen Entscheidungen besser zu rüsten für große Entscheidungen des Lebens. Umzug, Wohnung kaufen, Wohnung mieten, erste Wohnung mieten. Das finde ich einfach eine coole Story. Nee, absolut. Jetzt ist ja natürlich die Frage, so Plattformen immer Henne-Ei-Problem. Wer kommt zuerst? Und wenn du auch, du erzählst ja gerade von den beiden Gründern, 1992 irgendwie gegründet, da war ja der Makler auch noch ganz anders unterwegs als heute. Und heute würde ich immer noch den Sektor als sehr konservativ einschätzen. Wie tickt und wie hat es vielleicht auch so aus den Geschichten so eine Anekdote von damals? Waren die Makler damals happy, dass es jetzt eine Immo-Welt gibt oder andere Marktbegleiter, die es ja dann auch irgendwann gab, dass jetzt das Geschäft sozusagen so transparent wird? Weil die Intransparenz ja natürlich auch so ein bisschen, ja, davon haben sie auch gelebt. Ja, aber meine Lieblingsstory ist immer, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass es mal ganz ursprünglich einen gewissen Aufschrei gab in der Maklerschaft, als es dann hieß, Fotos kommen auf die Portale, Fotos von den Objekten. Okay. Weil es dann halt hieß, dann haben tatsächlich einige Makler gesagt, schau, also wenn ich eine Anzeige ohne Fotos schalte, dann kommen halt auch Menschen zu dem Besichtigungstermin, die jetzt auf Basis der Fotos sagen würden, nee, die Immobilie will ich mir gar nicht angucken. Und dann habe ich die halt erst mal beim Besichtigungstermin, kann mit denen reden, kann irgendwie versuchen, die zu überzeugen. Jetzt ist natürlich so, wenn du jetzt irgendwie eine Immobilie verkaufen oder vermieten willst und das ohne Fotos machst, also good luck, geht nicht, ja, erwarten die Konsumenten so. Und ich glaube, das war dann einfach auch so ein, ich sage mal, so ein Mindset-Shift. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass das auch, was wir bieten, den Maklern das Leben deutlich einfacher macht, als jetzt irgendwie die Zeitung 1993, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, per Fax Informationen hinschicken musstest für die Anzeige oder halt ein Exposé ausdrucken musstest. Aber sind wir vielleicht sogar bei dem Punkt, weil du gerade sagst, eine Anzeige ohne Foto, forget it, sind wir nicht an dem Punkt, dass es schon wieder fast egal ist, ob ein Foto drin ist, weil ich werde mich trotzdem bewerben, weil der Mangel, wenn wir jetzt im Mietwohnungsbereich unterwegs sind, einfach so groß ist? Ja, also im Mietmarkt ist das so. Okay. Wobei ich auch immer finde, dass man vorsichtig sein sollte, jetzt nicht einen zu Berlin zentrierten Blick zu haben. Also wir beide wohnen in Berlin. Als Berliner hat man immer so die Tendenz zu sagen, außerhalb von Berlin gibt es nichts anderes. Es gibt nur Berlin. Oder es gibt nur Großstädte. Großstädte, ja, Ballungszentren. Genau. Und wenn du jetzt, sag ich mal, in bestimmte andere Gegenden Deutschlands fährst, sowohl übrigens in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland, ist es nicht überall so, dass der Mietwohnungsmarkt so angespannt ist. Es gibt Teile von NRW, Teile des Saarlands, natürlich Teile Ostdeutschlands, wo es durchaus auch dauern kann, eine Wohnung zu vermieten und wo auch die Mieten noch auf einem Niveau sind, wovon man jetzt in Berlin oder München nur träumen würde als Mieter. Aber klar, in den großen Städten ist es so, dass es im Moment eine sehr große Übernachfrage gibt und dem gegenüber zu wenig Angebot steht. Du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen Insights durchblicken lassen, die man ja als Plattform dann nachher auch gewinnt. Also sozusagen, wo sind welche Mieten aktuell gängig? Wie groß, wie fast tradet ihr da aktuell über die Plattform? Oder andere über eure Plattform? Wie viele Wohnungen werden verkauft? Oder wie viele Häuser? Hast du da ein paar Zahlen? Ja, also wir sind natürlich, wir gehen nicht ganz bis an die Transaktion ran, aber wir haben mehrere hunderttausend Listings, sozusagen at any one point in time. Das ändert sich dann immer so ein bisschen nach Jahreszeit natürlich, aber ich sage mal so 300.000, das ist mal so eine Hausnummer, mit der du rechnen kannst. Das sind halt die Wohnungen, die wir auf unserer Plattform gelistet haben, Kauf und Miete. Das ist für euch eine wichtige KPI, die Anzahl der Annoncen auf der Plattform. Genau, das ist eine wichtige Kennzahl. Und die ist natürlich einerseits getrieben über die Frage, wie viel Angebot kommt eigentlich auf unsere Plattform, andererseits, wie lange das Angebot auf der Plattform dann sozusagen gelistet ist. Und wenn es länger gelistet ist, dann steigt natürlich auch die Anzahl Listings am Markt. Genau, 300.000. Und Mietwohnungen drehen in den Ballungsgebieten relativ schnell. Okay. Das heißt dann, Was ist das für eine Zeitachse? Ein paar Tage. Echt, ja? Ja, ja. Krass. Also die sind nur ein paar Tage online und gehen dann halt wieder runter. Und Kaufimmobilien, das ist dann sehr segmentabhängig, aber die drehen natürlich deutlich langsamer. Die sind dann mehrere Wochen, manchmal auch mehrere Monate online, die verkauft sind. Also siehst du da jetzt so eine Veränderung, weil Zinsen sind gestiegen, dass zum Beispiel Mietwohnung läuft gleichbleibend und Verkäufe dauern jetzt länger eben? Ja. Also als sozusagen, als dann dieser Angriff auf die Ukraine kam, im Februar 2022, das ist für viele in dem Markt schon eine Zäsur gewesen, weil dann auch diese ganzen Themen kamen, irgendwie steigende Rohstoffpreise, steigende Inflation, dann in dem Zuge steigende Zinsen, auch eine Unsicherheit am Markt. Das haben sich am Anfang auch viele gefragt, was heißt das jetzt eigentlich für mich, dass jetzt irgendwie 900 Kilometer von Berlin entfernt, die ukrainische Grenze ist jetzt nicht so weit weg, wenn man an einem Tag locker, locker mit dem Auto hinfahren. Genau, das ist schon, das war schon ein Bruch in dem Markt. Ich würde mal sagen, so bis Anfang 2022 haben auch Kaufimmobilien oder viele Kaufimmobilien sehr schnell gedreht, also in wenigen Wochen. Und jetzt hat sich die Standzeit von den Kaufimmobilien deutlich verlängert, weil einfach die Nachfrage auch insgesamt geringer ist nach Kaufimmobilien. Wobei man ja irgendwie auch sagen muss, jetzt haben wir mal wieder ein Verhältnis, was den Zinssatz angeht. Das ist ja immer oft, Zinsen sind wieder extrem hoch, so hoch, wie lange schon nicht. Aber wir hatten das ja schon mal, dieses Bild. Und erkennt ihr da Muster? Also guckt ihr euch irgendwie auch an, was war eigentlich so vor zehn Jahren, weil es der Zinssatz irgendwie auch bei irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Prozent lag? Genau, also das finde ich super, dass du das ansprichst. Das ist für mich auch ein extrem wichtiger Punkt, auch wenn man mit Marktteilnehmern redet, also sowohl mit Maklern, als auch mit Menschen, die kaufen wollen. 2013 lag das Niveau für eine zehnjährige Hypothek, also mit festgeschriebenem Zins, lag bei etwa vier Prozent. Das ist auch ungefähr das Niveau, auf dem wir gerade traden. Ja, 3,84 Prozent ist ungefähr so das, was du ausgeben musst für eine zehn-Jahres-Hypothek. Das heißt, du musst gar nicht so lange in der Vergangenheit zurückgehen, um auf diesem Zinsniveau zu landen. Gleichzeitig ist es natürlich so, wer jetzt 2018, 2019 eine Wohnung gekauft hat und die dann mit 0,81 Prozent für zehn Jahre finanziert hat, für die sind natürlich vier Prozent dann eine Vervierfachung. Ich denke nur dann auch häufig an meine Eltern zurück, die damals Anfang der 90er eine Eigentumswohnung gekauft haben. Die hatten, glaube ich, acht Prozent Zinsen. Krass. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. War natürlich auch damals die Kaufpreise niedriger. Aber ich glaube, gerade in dem Immobilienmarkt, der sehr lange Zyklen hat und man kauft ja auch in der Regel nicht eine Immobilie, weil man sie nächstes Jahr wieder verkaufen will, sondern weil man einen zehn-Jahres-, 20-Jahres-Horizont hat, ist es schon wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Phase, in der wir jetzt sind, eigentlich keine außergewöhnliche Phase ist, historisch gesehen. Ja, würde ich, also was den Zinssatz angeht, sehe ich das ähnlich. Wie siehst du die Wahrnehmung aber von den, ja, Privatkunden nachher? Also siehst du, dass irgendwie die Asset-Klasse eher Einfamilienhaus, ich sage mal, 300 Quadratmeter Grundstück am Speckgürtel Berlin jetzt auf die Plattform schwemmen, weil irgendwie Anschlussfinanzierungen nicht gehalten werden können, auch von Privatpersonen? Habt ihr so ein Muster, die ihr da irgendwie erkennt? Oder ist das Hokuspokus, den sich alle einreden, weil der Markt so angeblich sich entwickelt? Ja, also auch da würde ich, wäre ich jetzt eher zurückhaltend, der Großteil der Hypotheken in Deutschland ist langfristig finanziert, ja, also zehn Jahre plus. Und wenn du länger als zehn Jahre finanzierst, hast du noch zehn Jahre ein Sonderkündigungsrecht, das du natürlich nur ziehst, wenn das Zinsniveau dann entsprechend niedriger ist. So, und erstmal muss man ja sagen, für jemanden, der 2013 Immobilie erworben hat, zu vier Prozent, jetzt die Refinanzierung machen muss, für den ändert sich nichts. Ja, es bleibt bei vier Prozent und wenn er, wenn er, sag ich mal, relativ konservativ unterwegs war in seiner Finanzierung, hat er auch einiges getilgt, in den ersten zehn Jahren und dann ist alles schick. Selbstverständlich wird es Fälle geben von Haushalten, die 2021 sehr auf Kante genäht, sich eine Wohnung gekauft haben, vielleicht zu einer etwas ambitionierteren Bewertung, ja, in dem Verkäufermarkt, der es damals war, die dann halt, wo die zehn Jahre 2031 auslaufen, die dann möglicherweise Probleme kriegen. Aber auch da muss man sagen, wir beide wissen heute nicht und keiner weiß, wie 2031 das Zinsniveau ist und wie auch dann die Bewertungen von dem Asset Immobilie sind. Deswegen auch da wäre ich erstmal vorsichtig. Also kurz zusammengefasst würde ich sagen, ich würde da eher jetzt eine Ruhe erwarten, ja, ich würde da jetzt nicht erwarten, dass es da jetzt irgendwie den krassen Umbruch gibt, aber selbstverständlich gibt es irgendwie immer Marktteilnehmer, die aus irgendwelchen Gründen in Schwierigkeiten geraten. Gut, die gibt es aber auch ohne Krise und ohne herausfordernde Zeiten, die in Schwierigkeiten geraten. Wenn wir so ein bisschen bei den Asset-Klassen sind und vielleicht auch nochmal so ein Blick auf die Regionen, du hast es vorhin auch gesagt, dass irgendwie, wir haben immer dieses Ballungszentrum im Kopf, ja, hohe Mieten und alle wollen da hin. Erkennt ihr irgendwie so ein bisschen das Thema gar nicht mehr, dass alle in die Stadt wollen, sondern eher nach außen wollen? Also jetzt mal Berlin uns vielleicht angucken, weiß nicht, ob du da einen guten Überblick hast, aber dass man eher so einen Speckgürtel will und da einfach viel mehr passiert und viel mehr Immobilienangebot auch geschaffen wird? Also wir haben uns im Rahmen der Einführung des Deutschland-Tickets im Mai verschiedene Ballungsräume angeschaut und geguckt, wenn ich jetzt sozusagen die Regionalexpress-Linie entlang gehe und eine Stunde rausgehe aus der Stadt, wie viel kann ich da eigentlich sparen? Und das ist, da liegst du so bei irgendwo zwischen 40 und 60 Prozent gegenüber... Auf den Miet- oder Kaufpreis? Auf den Kaufpreis, gegenüber dem Kaufpreis, den du in der Stadt zahlen würdest. Bei der Miete ist es wahrscheinlich ähnlich, vielleicht sogar noch ein Stück weit krasser, aber das heißt, erst mal ist es für, gerade für Familien und für Menschen, die vielleicht nicht fünf Tage die Woche in die Stadt müssen, ins Büro, weil sie Homeoffice machen können, ist das eine attraktive Geschichte. Das gesagt, und das sage ich jetzt auch sehr stark mit der Berliner Brille, haben wir in Deutschland natürlich immer noch ein Stück weit ein Infrastrukturproblem. Ja, also hier in Berlin haben wir natürlich die Situation, dass es eine gute RE- und S-Bahn-Anbindung gibt, durchaus auch in umliegende Gemeinden. Aber was ich natürlich hier als sehr krass empfinde, ist, dass wenn du hier mal 20 Kilometer rausfährst, ja, im Norden aus Berlin rausfährst, einfach kein Handyempfang mehr. Und da sage ich halt einfach ganz praktisch gedacht, welche junge Familie, welches junge Pärchen möchte denn in eine Gegend ziehen, wo sie kein Handyempfang haben oder wo sie kein Highspeed-Internet haben können. Und da ist dann schon meine Forderung an die Politik, mach das besser, sorg dafür, dass auch in ländlichen Gebieten schnelles Internet, schneller Mobilfunk da ist, dass irgendwie Schulen halbwegs in der Nähe erreichbar sind. Und wenn wir das schaffen, ist das einerseits natürlich ein Upgrade sozusagen für die ländlichen Gebiete. Andererseits wird es aber auch einen gewissen Nachfragedruck aus der Stadt herausnehmen. Weil muss man ja auch ganz ehrlich sagen, unabhängig von der Leistbarkeit, es haben ja auch gar nicht alle Leute Lust, an einer lauten Straße zu leben mit vielen Abgasen, wo die Kinder nicht irgendwie ins Grüne in den Garten laufen können. Es gibt ja viele Leute, die sehr gerne aufs Land ziehen würden. Ich würde es auch machen, aber ich würde es nicht machen, wenn ich wie jetzt letztes Wochenende, als ich aus Berlin raus war, wenn ich einfach 20 Kilometer vor Berlin kein Handyempfang mehr habe. Das ist echt krass. Also du sagst gerade im Norden, also gibt es ja für die Berliner oder die Berlin gut kennen, im Norden gibt es Berlin Buch, also ist ja sogar noch Berlin. Berlin Buch ist gefühlt ohne Handyempfang, also wie man da wohnen kann. Da gibt es so eine, da gab es früher ja die Kliniken, die Berliner, Hilfskliniken. Und die sind ja umgebaut zu einem riesen Wohnkomplex ja auch mittlerweile, aber da können keine jungen Menschen wohnen. Da gibt es kein Internet, das ist so krass. Also da brauchst du gar nicht 20 Kilometer, ich glaube, da sind 15 Kilometer vielleicht von hier Mitte da hinzufahren. Ja, und das ist Wahnsinn. Also ich habe es gestern noch erzählt, also meine Eltern haben 1998 unseren ersten Computer gekauft, damals noch mit so einem Piep-Modem, wie man das so kennt. und das ist halt, ja, was ist jetzt, 25 Jahre, ne? Also ein bisschen Zeit hatten wir jetzt schon, sage ich mal, die Infrastruktur abzugraden. Die Zeit haben wir gehabt, genau, haben wir nicht so richtig genutzt. Wie siehst du den Immobilienmarkt in den nächsten Jahren? Also ihr habt ja unglaublich viele Daten, die ihr auch sammelt, aber wie guckst du darauf vielleicht mit einer gemischten Brille privat und aber auch mit ein bisschen Background an Daten? Ja, also wie man es technisch betrachtet und dann unterschiedliche Asset-Klassen unterscheidet, musst du irgendwie Büro, Retail-Flächen, Residential, ne? Ich glaube, wenn man mal so, das ist vielleicht für die meisten Zuhörer das Spannendste, wenn du so in diesen Wohnmarkt reinschaust, denke ich, dass die Trends, die wir so in den letzten Jahren gesehen haben, anhalten werden. Du hast leider immer noch die Situation, dass viel zu wenig gebaut wird, dass es auch schwierig ist, zu bauen, ja? Also ich habe gestern zum Beispiel einen Projektentwickler getroffen, der an verschiedenen Projekten dran ist, in unterschiedlichen Städten und der mir auch einfach gesagt hat, schau, das dauert extrem lange, da Genehmigungen zu bekommen für Einfamilienhäuser, für Mehrfamilienhäuser, auch fairerweise nicht in allen Städten gleich lang. Ja, nee, nee, das ist ein großes Problem. Aber da halt reinzugehen und zu schauen, okay, wie kann ich eigentlich diesen Prozess beschleunigen, vereinfachen, ja? Das, glaube ich, wird ein Hebel sein, um einfach mehr Angebot auf den Markt zu bringen, aber strukturell wird das dauern, bis das Angebot da ist. Das heißt, das wird uns begleiten. Es wird uns weiter einen Zuzug in urbane Gebiete begleiten, sowohl außerhalb, also Menschen, die von außerhalb Deutschlands kommen, als auch Menschen, die innerhalb Deutschlands sich mehr in die urbanen Gebiete orientieren. Aus meiner Sicht wird das dazu führen, dass der Druck auf die Immobilienmärkte in großen Städten oder insbesondere sogenannten A-Städten, dass der weiter hoch bleiben wird. Also es wird weiterhin viel Nachfrage nach Mietwohnungen geben, insbesondere bezahlbare Mietwohnungen. Es wird auch weiterhin Nachfrage geben nach Kaufwohnungen. Gleichzeitig hast du natürlich parallel den Trend, dass sich gewisse Gebiete in Deutschland immer mehr entvölkern und da hast du dann eher den gegenläufigen Trend, wo man dann schauen muss, wie kann man Immobilien umnutzen, wie kann man gegebenenfalls auch Teile von Stadtteilen abreißen oder der Natur zurückführen und ich denke, diese langfristigen Trends, die werden bleiben und dann haben wir natürlich das Megathema ökologisch heizen, also unsere Heizungen sozusagen klimaneutral machen oder möglichst klimaneutral machen und das wird natürlich auch immer mehr einen Effekt auf den Markt haben, den wir heute auch schon sehen. Also ein Bestandsgebäude mit einer schlechten Energieeffizienz hat ja jetzt schon, wenn du jetzt Kaufpreise betrachtest, eine deutlich niedrigere Bewertung als ein gut saniertes, modernes Haus und das wird auch weiterhin so sein. Du hast gerade gesagt, Umnutzung von Asset-Klassen, also zum Beispiel mit der Pandemie irgendwie, wir haben viel mehr leerstehende Büroräume in den Ballungszentren, siehst du da eine Umnutzung? Also ist das irgendwie passiert in den letzten drei Jahren, dass Büroflächen zu Wohnraum umgenutzt worden sind und geschaffen worden sind? Ich kenne mich damit fairerweise nicht so ganz genau aus, ja, da muss ich so ein bisschen auch auf das mich verlassen, was ich lese. Ich würde es jetzt nicht als einen weiträumigen Trend sehen. Ich glaube, du hast einerseits natürlich die Frage, wie nutzt du Büroraum um? Du kannst natürlich auch die Frage stellen, wie verdichtest du klug nach? Ja, da kommt man jetzt auch wieder irgendwie mit dem Berliner Beispiel. In Berlin gibt es ja noch x Baulücken und irgendwie Häuser, die man drauf aufstocken kann. Ist in anderen Städten auch so. Und da halt nochmal stärker reinzugehen, da ist sicherlich was drin, um auch einen Druck aus dem Markt zu nehmen. Das gesagt, ist es natürlich trotzdem schwierig, gerade wenn wir jetzt über bezahlbaren Wohnraum nachdenken, sowas in einer Art und Weise zu machen, die für Menschen mit niedrigem Einkommen leistbar ist, weil einfach einen Quadratmeter zu bauen, kostet, ich würde mal sagen, Minimum dreieinhalb, vielleicht eher sogar 4.000 Euro und dann musst du noch Grund und Boden dazu kaufen und dann ist natürlich die Frage, was brauchst du für eine Miete oder was muss man dann für eine Miete erzielen, damit man das überhaupt tut, sowas zu bauen und dann bist du ganz schnell auch in Regionen, die für Familien mit unterem, mittlerem Einkommen sehr schwer leistbar sind. Nicht realistisch mehr sind, das muss man ja, also würde ich sagen, das ist ja nicht mehr ein bezahlbarer Wohnraum dann, den du heute bauen kannst, das ist super schwer und gerade wenn du, du hast ja einen Punkt angesprochen, im Zweifel das Grundstück in Mitte oder in, ich nenne mal in A-Lagen in Berlin irgendwie kaufst, das sind ja Summen gewesen in den letzten Jahren, das ist ja Wahnsinn, das Verhältnis. Genau, das ist so und dann ist halt die Frage, was kann man da tun, um das für Familien wieder zu ermöglichen und aus meiner Sicht gibt es da eigentlich zwei wichtige Hebel, die beide gerade nicht bespielt werden oder nicht ausreichend bespielt werden. Das eine ist in der Tat, das Umland attraktiver zu machen und das wird halt einfach Nachfrage, Druck rausnehmen. Das andere ist aus meiner Sicht nochmal stärker mit gezielter, Förderung reinzugehen und die Förderung so zu gestalten, dass die dann auch tatsächlich von, dass die tatsächlich bei den Menschen ankommt. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ich habe bei meiner Wohnung ein Sicherheitsschloss eingebaut, also ein Einbruchsschutz letzten Endes und dafür habe ich eine KfW-Förderung gekriegt. Was hast du für ein Schloss verbaut? Einfach so eine Stange, dass man die Tür nicht so einfach aufbrechen kann. Aber die Frage, die sich natürlich dabei stellt, ist, bin ich jetzt oder ist jetzt dieser Tatbestand oder diese Geschichte, mir ein Sicherheitsschloss zu geben, ist das jetzt etwas, was förderwillig ist oder was man fördern sollte? Ich kenne genauso auch Anekdoten, da geht es dann eher so um Millionenbeträge, wo dann halt KfW-Förderungen für Neubauprojekte ausgegeben wurden, wo der Projektentwickler sagt, hey, ich hätte es auch gemacht, wenn ich die Hälfte der Förderung gekriegt hätte. Und ich glaube, dann bist du halt sehr schnell bei der Frage, kann man halt diese Mittel vielleicht ein Stück weit effizienter einsetzen und gezielter Familien mit niedrigem Einkommen unterstützen? Kann man sie vielleicht auch einsetzen, um dem Staat die Mittel zu geben, selber wieder stärker in den Wohnungsbau zu gehen? Und da, glaube ich, müssen wir viel stärker rein. Und eigentlich ist es ja im Grunde eine Umkehr von dem Trend, den wir in Nullerjahren gesehen haben, wo viele Kommunen, Berlin, Dresden, Kommunen im Ruhrgebiet, in anderen Gebieten, im Grunde ihr Tafelsilber verkauft haben. Absolut. Also die ganzen Wohnungen im kommunalen Bestand wurden verkauft. Und jetzt ist es vermutlich so, dass viele Stadtoberhäupter denken, huch, wenn wir das damals nicht gemacht hätten, der ist wahrscheinlich besser. Aber deshalb bin ich überzeugt, dass man diesen Trend ein Stück weit umkehren muss und einfach schauen muss, wie kann man da stärker reingehen und dann wirklich auch von staatlicher Seite unterstützen. Nur nicht hoffentlich zu viel an dem Paradebeispiel. Berlin wieder die anderen Städte sozusagen sich nehmen und dann teuer die Wohnungen wieder zurückkaufen. Für einen Faktor 100 oder so im Zweifel in den Nullerjahren verkauft und jetzt zurückgekauft für einen Faktor, der einfach nicht realistisch ist. Genau, da gibt es ja so ein paar. Oder du kannst ja auch bauen, du kannst ja auch Land aus der Stadt, also Stichwort hier in Berlin, jetzt auch wieder sehr Berlin-zentriert heute, aber Stichwort Tempelhofer Feld, da hast du ja eine riesige Fläche, wo ich jetzt sage, ich weiß, da gab es mal eine Volksabstimmung, aber ich würde mich jetzt mal hinstellen und sagen, würde ich vielleicht noch mal überdenken, ob man da nicht ein bisschen Wohnraum schaffen kann. Das ist ja Land, was im Grunde dem Staat gehört. Wenn die anderen, in anderen Städten frage ich mich dann immer, warum werden nicht stärkere Auflagen gemacht, wenn man Land verkauft. In meiner Heimatstadt wurde ein großes Gebiet neu entwickelt, in Düsseldorf, am Dährendorfer Güterbahnhof. Das sind jetzt nur Luxuswohnungen. Da habe ich mir dann auch gedacht, okay, da hätte man doch auch als verkaufendes Unternehmen, das war jetzt, das war glaube ich jetzt Land, das der Deutschen Bahn mal ursprünglich gehörte, hätte man doch auch sagen können, hey, wir geben jetzt gewisse Auflagen, dass wir das nur an Bauträger verkaufen, die sich committen, 20 Prozent der Wohnungen zu einer gedeckelten Miete zu errichten. Und ich denke, du hättest dann immer noch Bauträger gefunden, die das sehr gerne gemacht hätten. Natürlich dann zu einem geringeren Preis das Land gekauft hätten. Aber da gibt es ja schon viele Wege, was man da machen kann. Ich denke, das ist dann halt nur eine Frage, dass sich die Politik da richtig drauf fokussiert, die richtigen Dinge tut und die dann auch effizient tut. Ja, also das glaube ich auch. Also es gibt ja auch immer, jetzt haben wir sehr negative Beispiele gefunden. Ich glaube, so ein paar Piloten, Satelliten, die schwören da draußen schon rum, die sehr positiv sind. Also zum Beispiel TXL, Flughafen, da haben wir einmal Schönefeld mit, Entschuldigung, Tempelhof mit, einem negativen Beispiel. Im Volksabstimmung, da passiert irgendwie gar nichts. Totes Land und alle können grillen und Fahrrad fahren ist auch gut und wichtig. Aber im Verhältnis zu dem Wohnraum schaffen in Berlin, Tegel werden irgendwie 5.000 Wohnungen geschaffen, glaube ich gerade, oder 10.000. Das ist natürlich ein gutes Beispiel, auch mal wieder. Genau, oder es gibt jetzt auch keine Ahnung, jetzt Intel-Fabrik wird in Magdeburg gebaut. Die Stadt Magdeburg hat jetzt eine Taskforce geschaffen, ja, uns überlegt, ja, überlegt, wie kann man da halt für Angestellte und andere Menschen, die da jetzt hinziehen wollen, irgendwie Wohnraum schaffen, was kann da attraktiv sein? Okay, klar. Deswegen solche Beispiele gibt es ja auch. Und ich bin jetzt auch kein Fan davon, immer nur zu sagen, alles ist schlecht und die Politik zu bashen. Trotzdem gibt es Potenzial. Es gibt Hebel einfach, wo wir daran arbeiten können. Und die Wohnungsnot, gerade in dem unteren Einkommensbereich von Menschen, die sich einfach nicht so eine hohe Miete leisten können, die ist schon echt groß. Felix, ich glaube, an der Stelle haben wir mal so völlig abgegrastes Thema, so Plattformen von euch, aber du hast ja auch krasse Insights geliefert, also du scheinst einen guten Überblick zu haben, in deiner Position wahrscheinlich auch recht wichtig, über den Immobilienmarkt einfach und eine persönliche Meinung, was ich auch mal ganz charmant finde, dass man da so ein Standing hat irgendwie. Also da erstmal vielen Dank, dass du das mit uns und den anderen Zuhörern da geteilt hast. Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir euch alles Gute und freue mich, wenn wir da nochmal ein Update kriegen irgendwann. Ja, freut mich. Vielen Dank, Michelle und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.